Ein Mechatroniker lernt im Prinzip in der Ausbildung, alles Mögliche zu reparieren. Also ich habe es eigentlich immer so gern gesagt, dass wir dafür verantwortlich sind, dass Teile in Bewegung kommen. Angefangen von der Mechanik bis hin zu Elektrik, Hydraulik, Pneumatik. Maschinen reparieren, umbauen, warten, instand halten. Der muss alles können. Es gibt wahrscheinlich sehr wenige Berufe, wo man so viel Abwechslung hat. Auch die meisten, die sind jetzt eher auf der gleichen Ebene und versuchen dir zu helfen und versuchen dir was beizubringen. Das gefällt mir ganz gut. Alleine Elektriker wird mir wahrscheinlich irgendwann zu langweilig und allein Mechanik dann auch. Deswegen habe ich gesagt, so die Mischung aus beiden, das ist eigentlich für mich. Deswegen habe ich dann gesagt, ich mache Mechatroniker.